Wolfgang ist der Held. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Mhm. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Wir werden ihn doch jetzt nicht. Abby? Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Was soll das denn werden? Glaubst du, du kannst Tonda einfach so aus dem Weg räumen? Ich habe aber da eine andere Idee. Genau hier. Was machst du denn so lange da drin? Sekunde, ich nehme das Spielzeug. Jetzt gehen wir hier zurück. Wir schneiden seine Fesseln ab. Das ist bestimmt nicht das Beste für uns, aber wir können uns angreifen. Ah ja. Das wäre eine Option. Ah, jetzt können wir hier rüber. Und das Ding von der anderen Seite. Nehmen. Vielleicht ist er uns sehr dankbar und fängt uns da nicht, oder? Ich weiß es nicht. Wir können es nur versuchen. Okay, ja, so wird das wenigstens. Ja, okay, ich mache es nochmal. Ich habe es verkauft. Oh, okay. Das war ein... Swinger Seite. Und diese Geschichte, die geht so. So, hier und rüber. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Tut sie auch nicht. Das ist einmal drum und dann zurück. Und befreihen ihn. Und zurück. So geht das also. So geht das also. Man schafft. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Okay, das ist noch greifen. Ähm. Da komme ich doch jetzt nicht mehr ran. Hier raus kommen wird es eine blöde Idee. Was machen wir nun? Was machen wir jetzt hier? Hm. 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 ist ja vielleicht... so nicht boah eine elastische Seile müssen wir die rechtzeitig zurückbringen was machst du denn so lange da drin müssen wir noch mehr Säle zerstören oder wir müssen dann rechtzeitig damit zurück bevor er da Chaos anrichtet nein 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 nicht schon wieder passiert ist was passieren musste ich verkrank es immer wieder eine echte helde würde sich nicht einfach verstecken nein ok ja noch geht es noch einmal hier abby wie soll das weitergehen so geht doch keine geschichte was machst du denn so lange da drin er kann uns nicht sehen der 10 oder was wenn er fragt was machen wir da drinnen sieht uns nicht sieht nicht was hier vor sich geht ok das müssen wir noch ein bisschen weiter als ob als ob als ob als ob es war doch ein drüben ach nein nur so 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 jetzt müssen wir uns doch da drüben und schnell zurück kann ich gar nicht holen an Ah, ok. Aber was? Jetzt ist es hier weiter. Noch wird sie durch die Seite aufgehalten. Ah, ok. Das hätten wir jetzt sehen müssen. Können wir ihn wieder hier rüberlocken? Das ist eine Zweiersäge. Das schaffen wir alleine nicht. Ich verstehe was passieren soll. Das ist ein mühsames Spiel. Hier. Hm. Wir kommen jetzt hier noch hin und zurück. Das müssen wir uns schon machen. Was passiert ist, was passieren musste. Guten Abend, Mr. Burns. Willkommen im Stream. Schau mal, ich kann auf und gerecht spielen. Abbie, komm raus. Nein. Nein. Es wird nichts. Ich habe satt. Jetzt zeig dich endlich. Schluss mit dem Feigenversteckspiel. Oha. Ich komme nicht dazu. Wir müssen Zeit gewinnen. Wir müssen Zeit gewinnen. So. Sägen. Sägewerk. Was ist es? Sägewerk. Was ist es? Nein. Ich komme nicht zum greifen. Es ist hier echt standardös. dann löst. Mühselige Sache. Jetzt werden wir sägen. Ich weiß nicht ob das überhaupt etwas bringt. Momentan sieht es nicht danach aus, als ob es etwas bringen würde. Und runter hier springt. Es tut überhaupt nichts bringen. Was bringt das, dass das hier mache? Effektiv nichts. Okay, da komme ich aber sonst. Ich muss den Baum fällen damit ich darüber kann. Sehe ich schon ein, aber... Mir läuft es nicht ein. Mich das in der kurzen Zeit schaffen zu... Vor allem wenn ich es nicht beherrsche. Am Arsch! Ich bin, glaube ich, kein Millimeter vorangekommen. Ja, bin ich. Die Säge bedient ist so ein Ding. Das ist... Wie oft muss ich das machen? Und jetzt links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt steht der da am Weg. Jetzt kommt der nicht mehr. Komm raus! Mach ich irgendwas falsch? Muss der irgendwie anders sägen? Oder... Es muss doch effektiver gehen. Es ist... Es dauert Stunden, bis ich hier mit durch bin. Ich hab satt! Jetzt zeig dich hin! Die Säge! Bist du jetzt unter die Holzfäder gegangen? Das wird dir auch nicht helfen! Schluss mit dem Feigenversteckspiel! Und runter und runter und... Nein! Nein! Springen! Keine Zeit! Das tut doch nichts bringen! Ich sehe ein bisschen Fortschritt, aber... Das soll es sein! So mit zu kleinen Sägen... Gucken wir mal das... Da sind wir noch morgen Abend beschäftigt. Bis zum nächsten Mal. Wir habenashes mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Seth!